Moin Leute und willkommen zurück zu TTT. Mein Name ist Cativo und wieder mit dabei sind Skyfang, Whisky, Elvincenzo, Prothesen-Gandalf und Halbes, Panzer, ich begrüße Sie. Okay, jetzt muss ich erstmal hier die Map erkunden. Oh, jetzt kommt da innen ein Richter. Hi, Cativo. Was sind wir denn? Der war's. Hi. Hi. War ich nicht irgendwo ein Durchbruch? Au. Ist das da oben? Warum ist da oben auf den Berg ein großer Blutfleck? Ist er? Was? Jetzt müssen wir nochmal hoch. Die Frage ist, wie der Blutfleck vorher hieß. Stimmt. Ja, ne? Ja. Wie kommt der da hoch? Komisch. Na gut, dann geh ich mal hier oben. Hier runter, weil hier oben stehe ich so ziemlich offen. Serviert. Autsch. Bin runtergefallen. Autsch. Whisky. Bin runtergefallen. Diese blöden. Jawoll, ist klein. Hallo. Hey Tö, ich trau dir grad nicht. Hallo, hallo. Ich trau dir grad nicht. Tut mir leid. Wem? Alter, ist die Map groß. So viele Räume. Ja, ich hab dich gesehen, wie du Winz erschossen hast. Hm, Knast. Ich hab ihn nicht erschossen. Ich hab das Messer geworfen. Ist ein Unterschied. Deshalb hab ich nichts gehört. Er hat ihn... Was ist jetzt los? Er hat ihn erworfen. Eigentlich war ich hinter ihm im Lüftungsschacht, aber da hab ich das Messer zu spät gehabt. Da liegt ein Winz. Da ist ein Gandalf. Der... Da ist ein Gandalf. Fick dich. Eine und selbe Aktion. Zwei Mal hat's geklappt. Du bist doch so ein Typ. Da ist ein Gandalf. Bumm. Da hüpft er auf mich so. Hey, hey, hey. Bumm. Das gleiche dann auch bei Whisky und bei Katina. Ach, bei Whisky hast du auch in den Kippen. Ah, Flodderschei. Mal was Neues. Was? Was? Yay! Ernsthaft? Ja. Yay. Flodderschei. Yay. Gay. Ha, yay. Gay. Da ist auch wieder der Prothese. Wingardium Liviozahn. I really dislike Traitors. Geh weg, weiz. Mein, das ist der Prothese. Was machst du? Ich will das Ding da aufmachen. Ey, ey, da hinten. Geh weg. Halt es, hau ab. Ich hab sie. Halbes, du weißt schon, dass das eine Traitor-Waffe ist, was du da hast. Da gab es ein Schrotchen. Gibt es ja Banat. Ja, ja, es ist eine ganz, ganz schlimme Traitor-Waffe. Ey, was? Halbes hat einen Poltergeist. Nur für einen Traitor, weil nur Traitor mit Schaden machen können. Halbes hat einen Poltergeist. Echt? Warum tötest du ihn denn nicht? Nein, ich habe eine Hucke. Weil ich nur eine Crowbar habe. Wo ist denn der? Weil ich nur eine Crowbar habe. Hallo, ich habe eine Hucke. Hey, schau mal, Knallarm. Hörer. Ist doch keine. Halbes hat einen Poltergeist? Nein, habe ich nichts. Das ist eine Ah, eine Jutsch. Buchstabier in, ist denn drückwärts. Hier ist es genauso gut, dass das nicht mehr funktioniert. Er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er hat Bedenkzeit gebraucht. Er sucht billige Ausrede, sich tun zu müssen. Ja, ne? Wo ist er denn? Wo ist er? Das ist doch so komisch. Halbes ist freigegeben. Juhu, okay. Nein. Halbes. Leckt mich fett. Alter. Halbes war Traitor. Ach, Katze. Ich bin gehandicapt. Ich habe meine Hand abzulecken. Mew. Tja, Halbes. Wollte ich kotzen. Da liegt ne Leiche. Ne Leiche. Ne Leiche. Ein Skyfang. So, da ich jetzt tot bin, kann ich sagen, Halbes hatte wirklich keinen Poltergeist. Ich habe es einfach nur so gesagt. Ich wusste, dass es die Jutsch war. Was? Dass du als wirklich Traitor warst. Irgendwer ist gerade gestorben in meiner Nähe. Ja, ich habe gerade die... Was runtergefallen? Hast du Geräusche? Whisky is badly wounded. Ja, okay. Badly wounded. Ich kann es dir nicht sagen. Ich stand eben da, bam, auf einmal Lebenspunktverlust. Ich glaube dir. Wie? Was? Ich habe halbes Auschancen. Also jetzt kommen wir nicht zu. Okay, wo? Also wenn ich halbes mit vollem Leben abknallte, das wäre ja schon riskant. Und wir hatten keinerlei Möglichkeiten, uns abzusprechen. Geh einfach mal weiter. Du und du... Wo ist Vince? Keine Ahnung. Genau aus dem Turm. Okay, da habe ich... Geh weg, geh weg, geh weg. Du bist draußen auf... Ah, nee. Gut, nee, Skyfang lag auf der anderen Seite. Alles gut. Wow. Whisky. Verdammt. Ja. Oh. Whisky hat nämlich auch Misch abgeknallt. Achso. Aber es war so geil mit Halbes. Das war mal wieder typisch. Das ist dasselbe, was ich in der letzten Aufnahme schon gesagt habe. Ich habe einfach nur gesagt, dass du ein Poltergeist... Ich habe gesehen, dass du die wutscht hast. Schau dir, Rarity. Ja, der hat sich ja Winterzahn. Ja, das stimmt. Camouflage. Ein Marshmallow im Winter. Marshmallow. Ein Arschmallow. Lass dich mal rösten. Lass dich mal rösten. Gibt hier Flammenwerfer. Ja, der Twitter hat einen. Gibt es hier überhaupt Waffen? Ja, das sind Waffen. Eigentlich genug. Ich habe dich ja mit so Schrot abgeknallt, also. Aber irgendwie bin ich seit den letzten tausenden Runden gefühlt innocent. Das ist komisch. Ja. Ich war jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. In der ersten Runde immer Traitor und dann nur noch Innocent. Na gut, in Slendermap warst du ziemlich oft Traitor. Also ich bin hinter Sky. Lauf, Sky, lauf. Wenn ich jetzt sage, Sky hat einen... Wer macht da Scheu ins Sprengen? Das ist eh keine, also nehme ich meinen Crober und laufe ihm einfach hinterher. Okay. Oh, wer ist da? Hier. Hallo. Er läuft mir hinterher mit der Crober. Alles. Er läuft mir hinterher mit der Crober. Wer ist das? Das ist Gandalf. Huch. Ja. Alter. Lass die Türen auf. Hey. Blockier mich nicht. Produzier mich nicht. Produzier mich nicht. Tür zu. Hier ging es doch irgendwie. Oh, es ist verdammt. Wo war's denn da? Nee. Da hat gerade eine Flamegranate in diesen kleinen Burschbruch geworfen. Okay. Hier ist Whisky. Ich bin immer noch hinter Sky. Ja. Ich bin immer hinter Sky. Das ist Gandalf. Das glaube ich sehr gerne. Ich mag's nicht, wenn du eine Rarity die ganze Zeit hinterher hinter mir her hast. Guck. Immer hinter mir her. Egal was ich mach. Hast du Spaß mit den Boxen? Du seid doch beides Traitor. Warte, ich helfe dir. Die da oben. So. Hier. Hier. Ihr mich verfolgt. Beides Traitor. Das ist wohl. Das ist wohl im Mohnen. Das ist bestimmt. Du bist doch Traitor ey. Mit diesem Blick. Mit diesem Blick. Mit diesem Blick. Alter. Mach ich dich nervös. Au. Dann mach ich dich halt zu nervös. Wenn das. Das ist Whisky. Ja. Sah jetzt gut aus wie du die Leiterhunderschaft bist. Ich probiere das ja intensiv. Ja. Okay. Hey. Wie hältst du das? Was macht ihr? Es ist, äh, erben. Ich weiß nur was hier los ist. Ich hab Schüsse gehört. Warte, warte. Was war da denn los? Granate. Okay. Dann hat der Flame gerade geworfen. Ich wollte gerade die Leichen angucken. Äh. Okay. Halbes. Okay. Und Till. Beide Innocent. Ja. Und hier ist eine Granate geflogen. Äh, eine Flammgranate. Mhm. Sky ist auch verdächtig ruhig. Nein. Irgendwie gerade abgehauen, der Traitor. Du lebst. Oh, nee. Ich sag jetzt wirklich so ganz schön tot. Ich glaub der Traitor hat die... Ich glaub sie ist gerade whiskey. Ach. Ach, läch' mich doch. Ach, läch' mich doch. Das Sky. Ja. Ja. Sky war's. Der hat einen Flaregun gehabt. Mhm. Der hat bestimmt auch die, die, äh... Flammengarde geworfen, als ich die Leichen angeguckt hab. Alles klar. Okay. Wir waren die letzten beiden. Ich hab dich aber nicht erwischt. Warum hab ich da Sky getötet? So'n Scheiß. Ich hab... Das war Whisky. Ich hab nämlich grad fälschlicherweise Whisky getötet. Er hat Whisky getötet. Ich. Ich dachte er... Ach so. Weil ich dachte er hätte vorhin die Brandgranate geschmissen. Und dachte gut, da war vielleicht wirklich ein Kuh dahinter. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen. Ja, das hat Kammer gekostet. Das hat... Aber egal. Das hat meine lustige Aktion. Ich hab dann noch geschrieben, dass er mich, äh, kill mich. Ja. Weil ich nicht wusste, dass du... Ah, verdammt. Na gut. Kann auch nach hinten. Ich hab nur grad auf die konfirmten Detts geguckt. Zeitstart. Hm. Sie zu verwirren, dem ich sage, ähm... Kann mich mal bitte jemand erschießen? Okay. Warte, 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 warte. Noch, äh, zu spät. Ne, versuch mal, versuch mal. Moment, wartet mal kurz. Gebt mal, ähm, ein Ausrufezeichen, äh, stuck oder unstuck. Das könnte funktionieren. Ich weiß nicht, ob's hier eingebaut ist. Die Konsole. Ne, ganz normal im Chat. Ausrufezeichen stuck, also S-T-U-C-H. Was sind Apples? Oder unstuck. Wir sind Apples. Ich weiß nicht, ob's hier auch funktioniert. Ask back for a pony. Apples halten zusammen, wie wir alle wissen. Applejack is cool. Appletrators. Applejack is cool. Nein. Nein? Hier. Achso, warte, 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 warte. Wicke, ich kann dir helfen. Ja, hast du so eine Granate hier, die, äh... Sag mal schnell, wie ist sie? Ah. Jetzt. Gut, und jetzt wieder aufteilen. Also nicht, dass wir hier... Dankeschön. Bitteschön. Adminrechte, muha. So. Er ist ein Traitor. Du Traitor haben Adminrechte. Ja, genau. Dann musst du Winzer schießen. Okay, halt. Hey, Junge. Hey! Wow! Was geht denn mit euch? Warte, wer war das? Kadivo, identifizieren. Identifizieren. Bin du gerade dabei? Lasst mich raten, ich hab Winzer schossen. Wind ist instant. Lauf weiter, irgendjemand hat... Scheiße. Aber ey, der hat ne Schotze. Ne Schotze ist cool. Verdammt, wo ist... Keine Ahnung. Wir hätten einfach zulaufen sollen. Wir hätten wirklich... Krasse Sache. Also Kadivo ist... Hi. Hallo Katze. Ich hab ein Handicap. Albus hat eine M16. Ja, ich hab eine M16. Da! Warte, identifizieren, Alf! Wo? Warte. Alter. Alter. Nein! Oh Gott sei Dank! Mann! Nice! Oh, noch acht Energiepummel! Wie viel hat es noch, Kadivo? Acht! Nicht schlecht! Acht! Nicht schlecht! Oh, das gibt's nicht! Ich hab grad... Ich hab... Ich hab Prothesen-Gandalf mit euch... Ja! Luna! Wirklich? Cool! Ja! Was? Zeig! Luna! Ja! Endlich mal was anderes. Ja, wirklich mal. Luna ist best bei dir. Ein Rose-Luck. Klappe. Gibt Kick-Bähnen. Kann denn eine Granate flauen? Das ist ein Solar Empire-Sauber. To the Moon. Ja, eine Schmocke. Eine Schmocke? To the Moon! Eine Schmocke-Granadee. Huch, noch eine Schmocke-Granadee. Ich hab zu spät, Miss-Gee. Ich hab dich rot. Innocento. Oh. Ja, ich war ja noch kein Trailer. Tür auf! Eine Luna. Vielleicht auch besser so. Ein Whisky. Ein Winz. Ein Halbes. Eine Schmocke. Eine Luna. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Der Cape... Ne, wie? Ja, der Cape des Schreckens, der die Nacht durchflattert. Hm. Überlegen Rauchgranaten rum. Was geht denn mit euch? Da hinten ist... Alter! Tee ist ein Gander. Was ist denn mit Stühlen? Was? Ja, Stuhlgang. Hat den noch Stuhlgang? Au, aua, aua. Was geht mit euch? Immer noch... Whisky? ...Prothesen-Kandel. Direkt hinter. Ah, Whisky! Whisky? Whisky macht Sachen. Äh, Kativo? Whisky, hast du Sachen gemacht? Kativo? Weiß noch nichts. Au, aua, alter, was ist denn hier los? Heid ist tot. Ich hab... Da ist Vince. Ja, ich bin auch jetzt angekommen. Identifizieren. Das ist da unten am Mac-10. Ich hab ne Schroten da an. Das könnt ihr sehen. Ich hab ne M16. Da ist... Alter! Alter! Ich wusste es. Ist es schön, wenn immer alle auf einem Haufen sind. Aber ich hab wieder nur ne Crowbar. Ich hab wieder keine Pasche. Das ist... Das war dein Fehler. Schön. Schon die letzte Runde schon wieder. Ja. Das geht jetzt aber ne Schnelle Runde. Spitfire! Da geht's ja noch schneller. Spukfeuer! Jetzt müssen wir aber hier Flammgranaten und die Traitor Flammengun nutzen. Gott, werd ich geheilt, wenn's Preparing vorbei ist? Ja. Ja, Spitfire macht Splitfire. Oh, komm. Da war auch mal schlechte Wortspiele. Meine Schrotze, meine Schrotze. Mwap, mwap, mwap. Mwap, mwap. Mwap! Boah! Ach, Leute, übrigens. Traitor has been selected. Ja, ganz stimmt. Am Anfang. Da ist Prothesen, Gandalf. Deine Mähne leuchtet. Graf! Denk dir, Leute, es gibt kein Cool Level. Nicht? Ne. Verweilt ein Stück und hör zu. Ne, wie? Ja, verweilt einen Moment und hör zu. Verweilt einen Moment und hör zu. Stay away. Oh, und hier. Dear Princess Celestia. Stay away and listen. Dear Princess Celestia. Der ist im Cool Level. Ey, cool, die kann ich aufmachen. Übrigens. Mach mal auf. Waffen bezockeln. Alter, was ist das für mich hier verfolgen? Können unheimlich mächtig sein. Können unheimlich mächtig sein. Genau, das ist richtig. Oh, die gehen ja echt auf und zu. Ne. Da ist die Türen. Da ist... Whisky schieß, Whisky. Whisky. Das sind unsere Schränke. Wussten sie schon, Türen gehen auf und zu. Außen auf dem Turm. Haupteingang. Alter, was macht ihr da? Ja, wir waren zusammen. Ihr Schweine. Okay, ich hab Whisky abgeknallt. Nein, das sind Pferde. Achso. Ich hab Whisky abgeknallt. Ich hab Whisky abgeknallt. Ich hab mal identifizieren. Alter, was geht denn hier? Warum schießt du auf mich? Granate war das hier. Habt ihr gerade geworfen? Ich nicht. Ich war gerade da hinten. Ich war da. Ich war da. Ja, ich war da hinten. Ja, ich war da hinten. Ich hab da auf dir aber nicht mehr, Till. Nicht seit vorhin. Nicht seit dem Lalalalalalala. Jetzt hab ich Whisky abgeknallt. Der war unschuldig. Das ist doch scheiße. Ja. Ich hab mich gewohnt jetzt hier. Ja. Was? Ja, hier liegt Kat. Kat? Kat wird weiter. Wie gesagt, okay. Was war denn erschossen? Ist doch scheißegal, Mann. Es war's. Ja, toll. Jetzt sind wir die letzten vier zusammen. Achso. Die letzten vier zusammen. Okay. Sky? Till. Ich hab Whisky abgekickt. Wenn Vince wieder da ist, erschießt der mich wieder ohne Grund. Der spricht ziemlich gegen mich. Ich wollt grad sagen. Außer bist du angeschlagen. Ja, natürlich. Wenn er mich angstneipert. Der ist im Torb runtergefallen. Und ich bin im Torb runtergefallen. Also zuerst, wenn er angstneipert und dann ist er im Torb runtergefallen. Ich hab's gesehen. Der spricht grad ziemlich gegen Halbes, weil der hat sich grad von der Gruppe gelöst. Da hinten! Ja, und? Ich hab gesagt, ich geh lieber einen Schritt weg, weil Vince mich wieder ohne Grund erschießt. Hast du Angst? Ja, jetzt geschossen. Machst du dich nervös? Ist nur sein Karma, was drauf geht. Jetzt haut doch wieder ab. Ich hab einen Sniper. Ich hab einen F6. Ich hab einen F6. Wie ist denn Kattivo gestorben gehen kann? Ja. Äh. Ja, wo ist... Gute Frage. Wie ist Kattivo gestorben? Mein Turm. Oder Schrotswinde. Geht direkt in meinen Turm. Bleibt einfach weg, okay? Was hast denn du für eine Waffe, Vince? Hm? Tod. Ich hab Kattivo gekillt. Achso, Kattivo war ja schlimm. Wie ist Whisky gestorben? Das ist die Frage. Whisky hab ich abgeknallt. Achso. Weil er auf mich gestorben hat. Ich bin Turm runtergefallen. Auf wen? Auf dich. Auf dich. Warum hab ich ihn abgeknallt? Achso. Und ich bin Turm runtergefallen. Ist das nicht toll? Soll sein. Warum steht hier eigentlich... Ich würd uns drauf ankommen lassen. Hört auf. Bei mir aus? Ja. KM? Ach schießt, Sky. Ach, er war auch noch innocent. Scheiße. Geh weg. Geh weg, Zill. Geh weg. Ja. Ach, Mann. Das war das Ziel hinter mir steht. Aber Vince. Ja. Die Brandgranate kam wirklich nicht von mir. Ich weiß nicht, wer sie geworfen hat. Das war ich. Ich hab die Brandgranate immer geworfen. Moment, hab ich Kattivo mit der Brandgranate getötet oder durch den Wurf der Brandgranate? Nein, nein. Ich war mit Vince im Nebenraum und der so, ey, Kattivo hat eine Brandgranate geschmissen. Bam. Und weg war ich. Die hab ich geworfen. Ja, eben. Wer weiß, egal. Das Ergebnis zählt. Kattivo hat gepasst. Na ja, okay, Leute. Das war's schon wieder für diese Runde TTT. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wer mehr davon sehen möchte, darf gerne mal beim nächsten Mal wieder einschalten. Das war's und macht's gut. Tschüss. 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 Tschüssi. Bluten. Töten und bluten. Töten und bluten. Stör. Lass mich dir was nähen. Aus den Melonen. Nein. Ah. Ah. Ja. Jetzt müssen wir nochmal hoch. Komm mal hoch. Die Frage ist, wie der Blutfleck vorher hieß. Ja, ne? Ja. Wie kommt der da hoch? Komisch. Na gut, dann geh ich mal hier oben. Ganz schön hoch. Äh, hier runter. Weil hier oben steh ich so ziemlich offen. Serviert. La. Autsch. Bin runtergefallen. Autsch. Ah. Whisky. Bin runtergefallen. Diese blöden... Jawoll, ist klein. Hallo. Hey Tö, ich trau dir grad nicht. Hallo. Schau dir grad nicht. Tut mir leid. Wem? Alter, ist die Map groß. So viele Räume. Ja, ich hab dich gesehen, wie du Wind zerschossen hast. Im Knast. Ich hab ihn nicht erschossen. Ich hab das Messer geworfen. Ist ein Unterschied. Deshalb hab ich nichts gehört. Er hat ihn... Was ist jetzt los? Er hat ihn erworfen. Eigentlich war ich hinter ihm im Lüftungsschacht, aber... Da hab ich das Messer zu spät gehabt. Da liegt ein Wind. Da ist ein Gandalf. Der... Da ist ein Gandalf. Fick dich! Selbe Aktion. Zweimal hat's geklappt. Du bist doch so ein Typ. Da ist ein Gandalf. Bumm. Da hüpft er auf mich so... Hey, hey, hey. Bumm. Das gleiche dann auch bei Whisky und bei Katina. Ach, bei Whisky hast du auch geklappt. Ah, Flodderschei! Mal was Neues. Was? Ja. Ja! Nee! Ernsthaft? Wo ist denn der? Weil ich nur ne Crowbar hab. Hallo, ich hab ne Hugge. Ey, Jungs! Super! Hörer! Ist doch keine... Halb, ist das ein Polargeist? Nein, hab ich nicht! Das ist ne... Ah! Ne Jutsch! Buchstab, die Innere sind rückwärts! Hahaha! Ja, jetzt hat er nämlich... Hier ist es genauso gut wie ich, dass das nicht mehr funktioniert. Er hat's nicht gemacht! Töte dich! Er hat's nicht gemacht! Er hat Bedenkzeit gebraucht! Oh! Er sucht billige Ausrede, sich tun zu müssen! Ja, ne? Wo ist er denn? Wo ist er? Das ist doch so komisch, Leute! Halbes ist freigegeben! Juhu! Okay! Nein! Halbes! Oh! Oh! Leckt mich fett! Alter! Halbes war Traitor! Moin Leute! Und willkommen zurück zu TTT! Mein Name ist Cativo! Und wieder mit dabei sind Skyfang! Hi! Whisky! Ahoy! El Vincenzo! Guten Abend! Prothesen Gandalf! Hallo! Und Halbes! Ich grüße Sie! Panzer! Panzer! Ich begrüße Sie! Okay, jetzt muss ich erstmal hier die Map erkunden! Oh, jetzt kommt da innen ein Richter! Hi, Cativo! Was sind wir denn? Bitte was? Hi! Hi! Find ich irgendwo ein Durchbruch? Hey! Hm! Au! Ist das da oben? Ist er runtergefallen? Warum ist da oben auf dem Berg ein großer Blutfleck? Ist er? Hey! Hey! Flutterschei! Hey! 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 Da ist er wieder, der Prothese! Wingardium Leviosan! I really dislike Traitors! Geh weg, Witz! Meins! Der Prothese! Was machst du? Ich will das Ding da aufmachen! Ey, ey! Da hinten! Geh weg! Halbes, hau ab! Ich hab sie! Halbes, du weißt schon, dass das eine Traitor-Waffe ist, was du da hast! Gibt's ja Banat! Ja, ja, es ist... Ganz, ganz schlimme Traitor-Waffe! Ehm! Halbes hat einen Poltergeist! Halbes hat einen Poltergeist! Halbes hat einen Poltergeist! Halbes hat einen Poltergeist! Echt? Warum tötest du ihn denn nicht? Nein!